Meine Aufgabe ist aus Projekttechnik eine ganze Koordination der Aufträge, Koordination mit Kunden, technische Abklärungen, Abklärungen für Montage, technischen Support für den Verkauf. Ich bin mit meiner Arbeit interessiert, mit den ganzen Aufgaben zu diversifieren. Heute beschäftige ich mich an ein Projekt über einen Bauch. Heute beschäftige ich mich an ein Projekt mit einem Architekt, mit einem Spezifischen Demand, wie eine Modernisierung von einem Silo, wo man die Gäne autour des Silo kreiert. Wir gehen eigentlich am Anfang auf die Baustelle. Bei Ersatzanlagen und Modernisierungen machen wir die ganze technische Aufnahme, die neue Anlagen weniger, dann bauen wir den Lift auf Architektenplan. Dann machen wir die ganzen Bestellungen, Koordination von Drittleistungen, und die Leistungen, die Verhandlung von denjenigen, die auf die Montage aufgelassen, damit sie dann super arbeiten können. Man kennt die Dimension von Schindler und selbst mit dieser Größe sind wir immer von den Mitgliedern der Direktion. Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind sehr breit. Gerade vor der Projekttechnik hat man verschiedenste Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln in Verkauf, Montage. Amdeseys Engineering. Man sieht es bei unserem Unternehmen. Es hat viele Leute, die verschiedene Karrieren gemacht haben.